yo was geht ab freunde letzte woche kam leider schweren herzens kein video von mir weil ich zeitlich einiges zu tun hatte und ich wollte nichts halbherziges hochladen deswegen machen wir wie gewohnt weiter mit einem video jeden sonntag von mir wie ich schon gesehen habt einmal mein pre-workout kauf ich sprich es geht gleich für mich ins training und ja mein aller allererster tipp für euch mein training sieht so aus ich gehe sechs bis sieben mal die boche trainieren habe zwei schwere tage und zwei leichte tage sprich pushpull schwer pushpull leicht und wenn jetzt zum beispiel aus zeitlichen gründen ein training ausfällt und dann aber die leichte session anstünde dann mache ich trotzdem wenn ich mich regeneriert fühle die schwere session sowie heute heute steht eigentlich eine leichte push session ein aber obwohl ich ein bisschen müde bin ich habe mega bock einfach schwer zu trainieren deswegen kommt jetzt die schwere push session weil ich vorgestern das training geskippt habe man trägst man es eben so flexibel dass ich nicht starr genauso trainieren muss wie vorgenommen weil es kann immer mal sein dass man mal nicht ins training kann dass man sich nicht gut fühlt dann tauscht das eben so aus dass dann die schwere session im fokus steht wenn ich kann okay ich bin regeneriert bisschen müde aber zum glück ist das wetter heute mal nicht so brennend heißt wie in den letzten tagen deswegen geht es für mich jetzt auf ins training so freunde mittlerweile im gym und bin gerade am aufwärmen und mein nächster tipp für euch mein zyklus geht ja vier wochen das heißt ich steige mich jede woche mit dem gewicht mit dem volumen und in den ersten zwei wochen ist bei mir so dass ich nur zwei aufwärmsätze mache aber wenn es dann schwerer wird dann mache ich schon mal drei bis vier aufwärmsätze aber die aufwärmsätze auch wirklich nur zum aufwärmen es gibt leute die machen dann irgendwie 20 wiederholungen oder so und sich schon fast muskelversagen aber das sind ich sinn und zweck der sache ja und ich habe schon mal ein video dazu gemacht wie ich mich aufwärme sprich immer die rotatorenmanschette weil die rotatorenmanschette bei jeder oberkörperübung aktiv ist und man eben verletzungen davor beugt und natürlich schulterkreisen et cetera jetzt ich bin doch ein bisschen müder als gedacht aber training wird trotzdem durchgezogen was habt ihr den feld gesehen kameras einfach umgefallen aber der satz ging wie butter heute richtig gut letztes mal habe ich jetzt nur die 90 kilo bewegt viermal sechs und jetzt bin ich bei 92,5 ja ihr habt euch gehört 92,5 denn man muss nicht immer in fünf kilo schritten oder 10 hochgehen sondern es reicht noch wirklich die ganz kleinen schritte dann müsst ihr überlegen es ist jede wiederholung wo er das mehr an gewicht bewegt plus wenn man jetzt alle wiederholung zählt alle sätze und über die wochen dann reicht auch eine kleine progressive steigerung vom gewicht um den körper ganzheitlich über den zyklus mehr volumen zuzuführen und das habe ich früher falsch gemacht ich dachte immer mehr immer mehr natürlich ist das ziel immer mehr gewicht zu bewegen aber die ganz kleinen schritte die macht es außerhalb der nämlich nach oben hin viel mehr potenzial um das ganze volumen auszuschöpfen zum thema bankdrücken müsste vorstellen je länger der muskel unter spannung steht desto schneller ermüdet er und deswegen bin ich immer ein fan davon relativ schnell und explosiv die wiederholung auszuführen und dabei habt ihr natürlich oder habt ihr vielleicht gehört exklusiv auszuatmen das hilft mir dabei eben hohes gewicht zu bewegen und beim bankdrücken ist bei mir so ich erlass nicht extra kraft im tank was die beschleunigung angeht da ich mir sage okay in den letzten wiederholungen mache ich auch vielleicht ein bisschen langsamer ich versuche jede wiederholung exklusiv und so schnell wie möglich auszuführen um eben die last zu bewegen aber jetzt muss ich wirklich mit meinem training weitermachen wir sehen uns später sind jetzt auf dem weg ins gym push steht an jeder bändchen heute werde ich die 95 kilo drücken und ich habe gerade bei der way gemerkt dass mein kleiner bruder schon das naturale limit erreicht hat was die waden angeht schaut es euch selbst an so leute das passiert immer wenn man die wadens gibt aber es auch viel genetics ich glaube bei mir sieht das nicht so schlimm aus ich muss echt sagen ich habe seitdem ich das gepostet habe oder gesagt habe seit ein zwei monaten wirklich immer die waren trainiert außer einmal aber heute so denn sie doch gar nicht oder training dann und ich habe seit einer langen zeit wieder mal zitrullin genommen und pomp ist auf jeden fall da und mir ist fast beim training aufgefallen hatte ich ja schon am anfang des videos zu euch gesagt und zwar beim thema bank drücken ich habe ich bei meinem kleinen bruder gesehen dass er das viel zu langsam ausführt und bei den letzten schweren wiederholungen hat man natürlich angst dann das gewicht nicht zu schaffen dementsprechend hält man quasi die stangen länger oben um nur tief durchzuatmen oder man geht ganz ganz langsam runter und das ist wie gesagt zeit die der muskel unter spannung steht und diese energie die dann da sag ich mal aktiviert wird oder benötigt wird die fehlt euch dann quasi wieder bei der konzentrischen bewegung nach oben und ich gehe mal davon aus dass wenn ihr die handhälen oben habt ihr nicht ganz durchdrückt weil das natürlich nicht so gut für eure gelenke ist und dementsprechend bei der leichtesten beugung auch schon im ellbogengelenk ist die spannung unter brust ist die brust unter spannung so und dementsprechend wirklich schnell und kontrolliert runter lassen auch exklusiv hoch und jede wiederholung sollte gleich schnell sein auch die letzten wiederholungen die halt ein bisschen schwieriger sind da keine angst vor haben selbstbewusst weiter drücken und so bekommt ihr eine gute brust ich mache mich jetzt fertig bin gleich unterwegs die angekündigt bin ich jetzt ready haare sind gemacht wie ihr sehen könnt und ich bin nicht alleine sondern mit ich bin 22 jahre alt und komme aus umgebung köln ok wir kommen eigentlich aus bergheim und ist und seine hat heute die zusage bekommen was genau für eine zusage in landau master psychologie psychology und das fallen wir heute was heißt zwei heute das war eigentlich ganz spontan dass sie die zusage bekommen hat was machen wir denn jetzt ja wir fahren auf die anna kirmes und dort wird gegessen und wir nehmen euch natürlich mit sind gerade auf dem weg und ich habe hier auf instagram eine fragerunde gemacht zusannah wird quasi die fragen sich aussuchen das hat sie quasi schon fotografiert und ja dann würde ich sagen ready when you are okay also ich habe natürlich die besten fragen aber am besten anonymen ohne namen okay also die erste frage wie viele cookies hast du gegessen jeden tag weil ich gehe jeden tag trainieren so drei vier stück okay warum trainierst du mit periode ist doch besser sich zu schonen wenn es blutet ich habe die fragen nicht durchgelesen ich habe einfach darauf antworten ja gar nichts zielgewicht über die winterzeit ich gehe mal davon aus dass du mein körpergewicht damit meinst ich habe jetzt kein zielgewicht sondern einfach nur dass ich relativ liegen muskeln aufbaue aber wenn du mich schon so fragst so 73 kilo wären schon cool 30 kilo über die winterzeit wenn es liegen ist ja hast du noch andere hobbys als bodybuilding nein ich lebe nur für den sport nicht was du seid also trainieren oder bodybuilding ist ja schon ein hobby würde ich sagen so youtube macht mir auch mega spaß ansonsten mit freundetreffen was ich sehr sehr gerne mache ist ich gehe oft draußen essen weil essen für mich einfach mega wichtig ist und ich gerne gut esse aber sonst habe ich jetzt keine anrufs ob ja lesen sollte ich vielleicht wieder ein bisschen mehr euch vernachlässigt aber sonst okay und dann noch die allerletzte frage was man zum liebsten aneinander freundin also ja auch die vergeben und alle mädels sorry ich mag die augen die sind schön klar braun ich mag das lächeln sie hat einfach so das schönste lächeln und vor allen dingen den duft also den körpergruppen und es ist wirklich so wenn ihr euren partner gut riechen könnt oder der duft intensiver ist habe ich mal gelesen dann ist die kombination von der dna klingt vielleicht ein bisschen komisch aber die kombination von der dna irgendwie wie sagt man das sondern weiß ich meine ja dass man sich dann da hingezogen fühlt zu der person genau deswegen wenn ihr das gerade mit eurem partner schaut einmal kurz eine nase nehmen und wenn der den geruch nicht intensiv wahrnimmt dann wisst ihr ja schon bescheid und dann Das war's für heute. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Hinten sind hier noch so ein bisschen die Lichter von der Kirmes. Und als Fazit, Susanna, wie fandst du es heute? Also, es war sehr voll. Essen war okay. Also, wir hatten Pommes, ich hatte Muzen. Ja, schon, das habt ihr alles auch schon gesehen, dass du nur am Essen war. Und man muss sagen, Susanna ist wirklich eine, die das Essen auf der Kirmes liebt. Und ja, dementsprechend kann sie auch schon relativ genau sagen, wie sich fand. War okay, war okay. Es war jetzt nicht komplett ekelhaft, aber es war jetzt auch nicht, oh mein Gott, wegen der Geil. Das Eis war echt gut, muss ich sagen. Das war das Beste, oder? Ja, das fand ich auch. Ich habe ja nicht viel gegessen, nur die Currywurst und Pommes und das Eis, ja, von Mia kurz. Also, es war ziemlich voll. Und ich war ja das letzte Mal vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren hier. Und ich habe es gar nicht so groß in Erinnerung gehabt. Und wir sind ja schon etwas älter und als man ein Kind war, hat man so ein bisschen noch mehr gemacht. So, Geld für die Spiele ausgegeben und so. Aber heutzutage finde ich einfach, ist jetzt nicht so ein, so viel Geld für irgendwie so ein bisschen Pfeil werfen oder so. Ja, man ist einfach geizig, also es lohnt sich einfach doch nicht. Ja, was heißt geizig? Also, es ist eigentlich sinnlos. Ja, eben. Also, Susanna, hör mal zu. Ich kann gar nicht geizig sein, weil YouTube-Money, das läuft so krass, ne? Ach so, sorry. Das geht gar nicht bei mir. Ich war gar nicht. Sehen wir die sowieso nicht mehr, weil die geht ja nur bis Sonntag, ne? Äh, nein, Freitag. Ab ist Freitag. Geht nur bis Freitag, das Video kommt Sonntag online. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Einblicke gefallen haben. Gebt den Video natürlich einen Daumen hoch und abonnieren den Kanal. Instagram findet ihr auch unten. Vielleicht von Susanna auch, wenn die sich benimmt. Und Susanna ist noch auf dem Markt, also könnt ihr sie natürlich gerne abchecken. Ansonsten, ja, Schlusswort von Susanna Gashi. Ja, war sehr cool, Hockey. Danke für den Tag. Ah, we know how, we know how. Danke, dass ich in meinem Video dabei sein durfte. Ich fühle mich sehr geehrt. Ach, Quatsch. Und nie hat ich Spaß gemacht. Also, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, Friends. Ich fühle mich sehr gerne ab. Tschüss. Ich fühle mich sehr gerne ab. Vielen Dank.